Im Herbst 1989 war ich schon dritten Semester Student an der Hochschule für Ökonomie und durch die ganzen Diskussionen kam auch heraus, dass selbst im Jugendverband eine große Vorteilsnahme der Leitung stattgefunden hat, genau wie wir das in der Regierung feststellten und dass dieses System nicht so weitergehen konnte. Erst fingen die Dozenten an, was sie vermittelt haben, weiter zu fassen, was sehr positiv war, aber leider 1990 mischten sich viele Dozenten aus dem Westen ein und dann ging es natürlich voll auf das neue System über. Und am 3. Oktober 1990 war ich auch wieder in Berlin, nahm einmal einen Grundgang an den Botschaften der vier Besatzungsmärkte.